Eine Taschenlampe ist ein tragbares elektrisches Lichtgerät, das oft in Form eines handlichen Gehäuses mit einer Glühbirne oder LED-Lichtquelle gestaltet ist. Sie ist wichtig, da sie eine Mobile-Lichtquelle bietet und in verschiedenen Situationen nützlich ist. Taschenlampen werden oft für Beleuchtungszwerke bei schlechten Lichtverhältnissen verwendet, sei es beim Campen, Wandern, während Stromausfällen oder einfach als alltägliches Werkzeug. Darüber hinaus sind Taschenlampen auch entscheidend für Notfallsituationen, wenn sofortige Beleuchtung benötigt wird. Mit ihrer kompakten Größe und Portabilität sind Taschenlampen vielseitige Geräte, die in vielen Lebensbereichen unverzichtbar sind. Im heutigen Video zeigen wir Ihnen die 5 besten Taschenlampe. Lassen Sie uns beginnen. Los geht's mit unserer Liste auf Platz 5, Davomoi Taschenlampe LED aufladbar. Die Davomoi Taschenlampe ist mit einem M80 Docht ausgestattet, der eine Lichtleistung von 150.000 Lumen ermöglicht. Mit einem Strahl, der 10 mal heller ist als bei einer Standard-Taschenlampe, kann sie Räume bis zu 180 Quadratmetern ausleuchten und Objekte in bis zu 700 Metern Entfernung fokussieren. Diese Taschenlampe verfügt über eine Zoom-Funktion, um den Fokus auf bestimmte Bereiche zu lenken. Die LED-Taschenlampe ist USB-aufladbar und wird mit einem Premium Akku mit 5000 mAh geliefert. Sie kann bis zu 12 Stunden bei mittlerer Helligkeit leuchten. Der eingebaute USB-C-Ladeanschluss ermöglicht das Aufladen über eine Powerbank, eine Steckdose oder einen Laptop, was sowohl im Innen- als auch im Außenbereich sehr praktisch ist. Zusätzlich verfügt die Taschenlampe über eine Batteriestandsanzeige, um den Ladezustand deutlich sichtbar zu machen. Die extrem helle Taschenlampe bietet 5 Beleuchtungsmodi, Highlight, Medium Light, Low Light, Strobe und SOS. Sie können sie ausschalten, indem Sie die Taste für 3 Sekunden lang in einem beliebigen Modus gedrückt halten. Durch die Möglichkeit, den Kopf der Taschenlampe zu strecken, können Sie den Fokus einstellen, um Rampenlicht für die Fernbeobachtung und Flutlicht für die großflächige Beleuchtung zu erhalten. Hier ist der Punkt Nummer 4, Blue-K-LED-Taschenlampe aufladbar. Diese LED-Taschenlampe ist äußerst hell und bietet einen gleichmäßigen Strahl mit hoher Helligkeit sowie einen größeren Beleuchtungsbereich, um Ihren täglichen Anforderungen gerecht zu werden. Mit einem zoombaren Design können Sie den Brennpunkt zwischen Punktstrahl und Flutstrahl frei wählen, um den Beleuchtungsanforderungen unterschiedlicher Entfernungen gerecht zu werden. Es stehen fünf Beleuchtungsmodi zur Auswahl, hell, normal, weich, strobe und SOS. Der eingebaute 1800 mAh wiederaufladbare Akku bietet eine Leuchtzeit von bis zu 17 Stunden. Dank des Standard-USB-C-Ladekabels können Sie die Taschenlampe nicht nur mit einem USB-Wandladegerät aufladen, sondern auch mit einer Powerbank, einem Computer und anderen Geräten im Freien verwenden. Die Betriebsanzeige ermöglicht es Ihnen, den Batteriestatus jederzeit und überall zu verfolgen. In jedem Modus schaltet sich das Licht automatisch aus, wenn nach acht Sekunden keine Bedienung erfolgt ist. Es ist nicht notwendig, durch die Beleuchtungsmodi zu zirkulieren, indem Sie die Taste erneut drücken. Der Punkt Nummer 3, BINVO-Taktische Taschenlampen Die BINVO-LED-Taschenlampe erzeugt einen erstaunlich starken Lichtstrahl. Ihr ultrabreites Licht beleuchtet spielend einen gesamten Raum oder Garten und ist dabei ganze zehnmal heller als herkömmliche Glühlampen. Diese taktische LED-Taschenlampe überzeugt durch erstklassige Qualität und bietet beeindruckende 50.000 Betriebsstunden. Das zuverlässige, rutschfeste und wasserabweisende Design ermöglicht vielfältige Outdoor-Anwendungen selbst bei widrigen Witterungsbedingungen. Der Körper dieser Taschenlampe besteht aus hochwertiger Aluminiumlegierung Agerograde und ist robust nach militärischem Standard eloxiert. Sie eignet sich hervorragend für den Einsatz zu Hause, beim Gassigehen, Camping, Wandern und in Notfällen. Taschenlampen sind das ideale Geschenk für Väter oder Ehemänner zu jedem Anlass. Die BINVO-LED-Taschenlampe bietet fünf umschaltbare Modi – Hoch-, Medium-, Midrick-, Stroboskop- und SOS. Ein einfacher, vollständiger Druck schaltet die Funktion ein oder aus, während ein halber Druck durch die verschiedenen Lichtmodi führt. Nummer 2 in unserer Liste – Shadowbook LED-Taschenlampe aufladbar Diese aufladbare LED-Taschenlampe ist mit einem fortschrittlichen XHP 70.2 LED-Chip ausgestattet, der stabil und extrem hell ist, 20 mal heller als herkömmliche Glühlampen. Sie kann mühelos einen gesamten Raum beleuchten und hat eine maximale Strahlentfernung von bis zu 1000 Metern. Die Taschenlampe besteht aus hochwertiger Luftfahrt-Aluminiumlegierung und die speziell oxidierte Oberflächenbeschichtung macht sie verschleißfast und sturzsicher. Diese LED-Taschenlampe mit hohem Lumen verfügt über fünf Lichtmodi, von breitem bis schmalem Strahl und Zoom, was sie ideal für Camping und Wandern macht. Das verbesserte Schalterdesign erfordert ein dreisekündiges Halten des Schalters zum Einschalten, um effektiv zu verhindern, dass die Taschenlampe unbeabsichtigt in der Tasche eingeschaltet wird und so den Akku entlädt, ohne wieder aufgeladen werden zu können. Die Taschenlampe verwendet eine große Batterie mit hoher Kapazität, wodurch die Entladeenergie im Vergleich zu herkömmlichen Akkus um 50% höher ist, was eine lange Akkulaufzeit gewährleistet. Mit der eingebauten Typ C-Schnittstelle ist das Aufladen bequem. Das USB-Ausgabedesign ermöglicht es Ihnen sogar, Ihr Mobiltelefon im Notfall aufzuladen. Wenn das rote Licht am Schalter der Taschenlampe aufleuchtet, ist es Zeit, sie rechtzeitig aufzuladen. Die Nummer 1 in unserer Liste, Blue KLED Taschenlampe, bietet einen gleichmäßigen Strahl mit hoher Helligkeit und einen größeren Beleuchtungsbereich, um Ihren täglichen Anforderungen gerecht zu werden. Mit einem zoombaren Design können Sie den Brennpunkt zwischen dem Punktstrahl und dem Flutstrahl frei wählen, um den Beleuchtungsanforderungen unterschiedlicher Entfernungen gerecht zu werden. Und vier Beleuchtungsmodi eignen sich für verschiedene Beleuchtungsszenarien. Eingebaute wiederaufladbare 1800 mAh Lithium-Batterie. Bei normalem Gebrauch kann Sie bis zu 16 Stunden arbeiten. Sie können diese Taschenlampe direkt über das mitgelieferte USB-Kabel aufladen. Die Taschenlampe besteht aus hochwertiger Aluminiumlegierung mit ausgezeichneter Härte, Verschleißfestigkeit und Fallfestigkeit. Das Taschenformat ist leicht zu tragen und passt in Ihre Tasche, Ihren Rucksack oder Ihr Survival-Kit. Ich hoffe, Sie fanden dieses Video hilfreich, um das besten Taschenlampe unter vielen Artikeln herauszufinden. Wenn Sie das hilfreich fanden, geben Sie bitte einen Daumen hoch. Kommentieren Sie Ihre wertvolle Meinung und teilen Sie uns mit, welches für Sie perfekt ist. Abonnieren Sie unseren Kanal, um die neuesten Updates zu verschiedenen Produktbewertungen zu erhalten.